Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Shit Wir sind kurz davor die finstere Nacht rauszufordern Glaube ich zumindest, dass das jetzt passiert Wir gucken mal was jetzt überhaupt los ist in Claw City Bis zum nächsten Mal Okay, dann wollen wir mal Fahrstuhl fahren. Okay, wir sind stunden, das ist doch noch besser. Endylos. Können wir hier noch was... Schade. So, gucken wir mal was hier los ist. So, gucken wir mal was. 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 Na toll. So, gucken wir mal was. So, gucken wir mal was nach einem Käfer aus. Kriegt er dann einen Flammenwurf ab. Nur mal und so zum Testen. Ja, das reicht. Die Musik geht im Hintergrund hier richtig gut auf. Tentantel, das sagt mir gar nichts. Das ist ein Stahl-Pokémon. Das ist gut. Okay, was wird hier so behaupten? Das ist ein Stahl-Pokémon. Das ist ein Stahl-Pokémon. Das ist ein Stahl-Pokémon. Mautzinger ist auch ein Stahl-Pokémon. Mautzinger ist auch ein Stahl-Pokémon. Ja, sagt mir auch nichts. Oh doch, das sagt mir doch was. Das ist der Elefant. Gut, dann machen wir die Katze groß, weil er den Elefanten auch gleich groß machen wird. Das ist ein Stahl-Pokémon. 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 Und laut vor allem. Das ist ein Stahl-Pokémon. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Irgendwie glaube ich ihm nicht Vor allem Wenn man sich das hier alles mal so anguckt Ich habe irgendwann Lust, das mal zu googeln, was jetzt dieses Pokémon ist Okay, wir bereiten uns vor Wir bereiten uns vor Vielleicht sollten wir nochmal kurz speichern Man weiß ja nie Können wir jetzt damit hochfahren? Vor allem, wohin? Wo? Da können wir nach unten fahren Wir müssen da hin Haben wir doch schon Oder habe ich dir jetzt den falschen Fahrstuhl genommen? Ich glaube, ich habe den falschen Fahrstuhl genommen Kann auch sein Klar Es sieht aus wie ein Stahl-Pokémon Muss ich mal so sagen Hübsch ist es nicht Aber wie ein Stahl-Pokémon Ich glaube, ich habe ihn nicht Das wird doch eh wieder alles schlimmer. Na gut. Ob wir das vielleicht shoppen können zu fangen? So bedrohen wir das halt mal. Das ist ein Drachenpick, oder? Wir werden so zappen. Okay, das ist nicht so effektiv. Das ist Feuer. Vielleicht Feuer treffen? Versuchen wir das nochmal. Gift? Komm. Du kannst keinen Ball werfen. Dann prüggeln wir das aber weg. Der Drachenpick war ja schon heftig, ne? Ja. Kann ich jetzt einen Ball werfen? Nein, immer noch nicht. Komm, Präzisionsschuss und dann... Chapeau. Kann ich hier jetzt sein? Freiwerfen? Ja Ja Dann Untertitelung. BR 2018 Okay. Okay. Ja, aber... Ich kann das Pokémon auch nicht wechseln. Und jetzt? Ja, aber... Okay. 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 Habe ich gar nicht innen drauf geachtet. Warum macht der so ein Blödsinn? Immer weiter drauf probieren. Die Bahn ist ja schon fast im Alleingang. Die Bahn ist ja schon fast im Alleingang. Die Bahn ist ja schon fast im Alleingang. Sie sind in der Frucht von Knoten. Sie sind in der Frucht von Knoten. Sie sind in der Frucht von Knoten. Das ist ja schon. Ich glaube, ich kann jetzt auch keinen Pokerball werden, ne? Ich habe jetzt nicht so drauf geachtet. Ich habe jetzt einen Autofuck nach dem Haft. Ich habe jetzt einen Autofuck nach dem Haft. Den schmeißen wir mal vorbei. Wir hoffen, dass es gefangen wird. Ich habe jetzt einen Autofuck. Ich habe jetzt einen Autofuck nach dem Haft. Ich habe jetzt einen Autofuck nach dem Haft. Ich habe jetzt einen Autofuck nach dem Haft.